hallo und herzlich willkommen zurück liebe freunde bei wwe 2k 16 king of swing und zwar onkel vs revano ja ich freue mich genau da ich wollte schon sagen und ehren dass ich jetzt aber ist okay der onkel ist auch dabei hallo und ich freue mich wieder darauf vier zu drücken das ist meine lieblings taste im moment und wir werden wenig dann bekommen und vier oder ziel runter mach wie du magst ziel runter ich hab schon vier gedrückt also auch gehe ich auch jetzt oh Gott habe ich den oh man ey Problem ist wenn ich immer über sie ist immer kacke aber ich glaube den habe ich nicht kann mich nicht daran erinnern hab ich den oder du darfst dir auch nicht sagen hab ich den oder du ah den habe ich den habe ich glaube ich habe ich den oder du ist gerade so ein bisschen her habe ich aber noch nicht gehabt ich muss mal kurz gucken moment ich suche auch gerade ich sehe den namen nirgendwo ich sehe den namen nicht das gibt es doch gar nicht blöd blind also ich den den ich jetzt habe den habe ich aber ich weiß jetzt gerade nicht ob ja doch den habe ich glaube ich noch nicht gehabt okay müsste passen jetzt ich hoffe es einfach ich habe ich habe hier warum finde ich denn den nicht wie hast du denn gut den habe ich ja gut dann würde ich sagen ziel runter und dann machen wir offen mit okay dann drei zwei eins oh ja kofi kingston gegen titus o'neill geil also ich habe auf jeden fall ein monster und du bist ein schneller das heißt ein langsamer fetter gegen schnellen bedeutet dass meine moves mehr schaden machen bedeutet dass du mehr ausdauer zum kontern toll toll tja so ist es dann halt mann 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 ja das wird hart ich werde ich werde den onkel richten werde es ihm richtig geben also ich werde den onkel jetzt richtig zum schwitzen bringen ich hoffe es kriegt kummer auf gemaltes six packer wahnsinn ja ja der alte titus ich glaube der war damals auch live dabei okay ja kräfte messen da müsste ich ja rein theoretisch gewinnen aber nein okay falsch gedrückt wahrscheinlich ich sag da habe ich wahrscheinlich falsch gedrückt so wie es aussieht hast du erstmal einige zappel gekriegt oh bist sauer darüber ja so gefällt mir das so was haben wir denn das schönes so mein lieben freunde da muss man jetzt mal gucken oh scheiße wow warum machst du das so wie roten punkte hattest ach so das ist natürlich auch woanders na klar seh ich das das siehst du auch bei mir oder nicht ach so du bist ja ein ganz raffinierter ein ganz raffinierter bist du naja was hast du willst du nochmal drücken oder was ja irgendwann ist da noch ende wollte ich jetzt einfach dir mal eine verpassen boah ey der zappelt aber gut bildlos also ich will nicht sagen dass der kofi kinzen schlapp ist also mei oh mei ja geht doch ich habe schon gedacht ich hätte verdrückt boah da fliegt die sau boah mega sprung hat mit dem arsch gefackelt hat wie getan ich kenne das problem wenn man Schmerzen am Arsch hat. So, jetzt gehen wir erstmal hier. Da sagt er noch, ja, ja, das gefällt mir nicht, dass du da so stehst. Oh, okay, das ist begleben. Okay. Ja, komm mal rein. Klasse. Komm mal rein erstmal hier in die gute Sturie hier. Yo, und dann holen wir jetzt mal ein paar Moves raus hier. Boah, die sollen mal ein bisschen Schaden machen. Okay, er haut ab. Okay. Ist gescannt, ja. Mann, komm mal rein. Weiß nicht, was du da machst, aber mir gefällt's. Okay, er hat mich kontert. Ja, der ist, also, da ist, ich weiß nicht, bei den Fetten ist das Blocken einfacher, finde ich. Ist einfach so, irgendwie. Kann ich nicht beschreiben, wieso. Ist einfach so. Ja. Und da hängt er oben in der Luft. Und, bomb. Alter, was macht er denn? Ah, ich mach Kniebeugen, cool. Na ja, in der Zeit kannst du dich natürlich ausruhen, da oben, ne? Hm. Ich finde das so geil. Erstmal umgedreht. Und meiner klatscht schon und sagt, komm her. Und Kobi, was macht er wieder? Oh, das ist wirklich gut, was du da machst. Ja. Das war jetzt echt geil. Ich wollte dich einfach mal gewinnen lassen, weißt du. Und ich lieg am Boden und werd gewürgt, im Wahnsinn. Ist das Wahnsinn, ey. Meine Hand. Boah. Das war bitter, glaube ich. Also, da bin ich mir ganz sicher, dass das wehgetan hat. Wenn dir mal einer so einen riesen Fettklopps einfach ins Gesicht tritt. Ich mein, auch wenn das bei den Schaukampen ist. Oh, das gibt's doch nicht. Da sind die echt, boah. Also, ne, da muss man schon sagen, Hut ab, Leute. Boah, der Alarmort ein Chase. Das ist die Taktik von... Das müsste ich jetzt mal raus, ey. Das ist so Wahnsinn. Das darf ja eine Kacke von sich. Das ist ja übel. Das ist doch schön, dass du kurz in den Schaukampen hast. Ach man, hau mich doch mal nicht immer raus. Das ist doch langweilig. Wo, ich weiß nicht, doch gar nicht immer raus. Oh, ich hab's gehört. Ich hab's klang gehört. Und es tut auch so weh. Hehehe, der Alarmort. Dregensacke. Ah. Dafür einen auf die Hucke, du. Mann, 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 Mann. Oh. Da kommt der auch noch wieder raus hier. Ich glaub's nicht. Ich glaub, ich spinne hier. Oh, du hast mich sogar erwischt. Hast dich aber selbst auch noch mit verletzt. Wahnsinn. Wahnsinnsshow, muss ich sagen. Boah. Ah, schön. Und er haut wieder ab. Hehehe. Und er kann's nicht lassen. Er muss ihn letztendlich fassen. Okay. Uff. Das war doch schon Konter gedrückt. Geil. Ich drück öfters mal Konter. Nein! Hatte ich jetzt nicht erwartet. Hatte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Oh, ja, das war schön. Oh. 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 Und wie ein alter Müllsack werbe ich dich weg. Wie ein alter Müllsack. Alten Müllsack. Alten Müllsack, ja. Hehehe. Alter, was macht der jetzt? Oh, das sieht böse aus. Das tut weh. Oh, er kommt raus. Nein. 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 Ihr wisst, was das heißt. Wenn ich einmal hier versage, dann kriege ich wieder von Onkel wieder einen drauf. Ihr kennt das, ja. Das volle Programm hier bei ihm. Na, da fängt es schon an. Da kriegt, da geht das schon wieder los, ja. Aber nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir, Junge. Nein, nein, nein. Schönes Ding. Komm raus hier. Oh, fuck. Boom. Und einmal rein da. So mag ich das. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Meine Lebensenergie ist natürlich auch wieder hier übelst angekratzt. Muss ich mir da ein bisschen aufpassen. Da liegt er. Na, gucken wir mal, ob du da nochmal rauskommst, mein Freund. Nach der Bearbeitung hier. Oh, schön. Schönes Ding. Dann kriegst du erstmal kurz einen Vögelgriff. Mann, 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 Mann. Erst mal der Genick bearbeitet hier. Alter, wenn der so ein Weißen nicht, wenn der so ein Seebulle da anfängt an dir da rumzuzappeln. Ich weiß nicht, der wird wahrscheinlich immer viel von dir über sein. Aber dir macht das anscheinend nichts aus. Ah, jetzt wirft er mich auch mal raus. Sehr nett. Okay. Ja, der Fette ist rausgefallen. Ja, meiner ist erstmal eine halbe Stunde bewusstlos. Ach, du Dreck. Ja, macht nichts. Meiner war schon nämlich bereit. Fingst du erstmal wieder einen drauf hier. Bom, Schmerzen. Wofür war nochmal die Prozentanzeige? Wenn du 100% hast, hast du die Signale. Wenn du 150% hast, hast du den Finisher. Ah, alles klar. Das ist natürlich schön gesagt. Aua. Das war natürlich jetzt eine ganz miese Aktion hier von dir. Na ja, von mir wieder. Ganz kurz aber nur. Bei mir ist die Scheiße. Es hat nur drei Finisher. Du hast vier. Äh, drei Konter. Ja. Naja. Die Scheiße wieder. Das ist fast so gut wie mein Gerät, oder? Und der zappelt am Rücken. Ah, schönes Ding. Erstmal eine halbe Stunde. Dein Kadaverkörper in die Luft gehoben. In die Luft. Ja. Ja, ja. In die Dinosaurierluft. Kommen wir jetzt, was ist da los mit dir? Das ist nicht mal zusammen. Ja, das ist ganz komisch. Ach, Mann. So muss das, was nicht anders. Der Wehrpuller, der ist was drauf hier. Ah. Oh. Ah, erstmal zwei Schläge in dein Face, ey. Ui. Da fällt er hin. Einfach übergerannt. Der Wehrpuller, ey. Der hat einfach alles rausgehauen, was er hat hier. Wahnsinn. Oh, Mann. Ich bin echt ein Fan von dem. Oh, ja. Der macht immer so ewig lange Moves, ey. Weil der halt cool ist. Ja, ja. Ist halt ein Buckelwall, ne? Ich verstehe es immer noch nicht, warum du von den Knien immer wieder aufstehst sofort. Weil du dich dann deine Stamina viel schneller füllen. Ja. Sag nicht ja, wenn du sowieso immer mit mir zuhörst. Doch, ich höre dir zu. Ja, ich drück immer, weil ich Angst hab, dass du mich angreifst. Ist halt so. Oh, da hast du auch Glück gehabt. Oh, fuck. Oder auch nicht. Geil. Das kann doch nicht sein. Scheiße. Oh, Mann. Ich wollte dich nicht honnen. Ich wollte dich doch nur, dass du wiederkommst und erfliegt. Ich gehst immer freiwillig baden, ey. Das ist der Wahnsinn mit dir. Meine Fresse. Kann ich auf dir raus. Was? Du kannst nicht auf mir rausgehen. Ich würde sagen, ich kann dich rausspringen auf dich. Geht einfach nicht. Kann ich gar nicht anfassen. Wie geht das denn? Was macht der denn, ey? Oh, oh, oh. Oh. Ist ein ganz wilder auf einmal, hä? Geil, ey. Hat mein Finisher geblockt. Hat mir eigentlich nicht so gefallen. Dass du meinen Finisher blockst. Nein. Aber der meiner, der hat der von alleine gemacht jetzt. Tja, ja. Der ist so fett. Der kam einfach raus. Boah. Hat mal. Keiner traut sich. Ach, Mann. Ach, das ist doch langweilig, Ruvano. Ich mach das doch gar nicht extra. Ich wirf dich nur da hin. Und ich wollte eigentlich, dass du wiederkommst. Ich weiß, was jetzt war der so doof. Ich, genau so fett wie er ist, genau so doof ist er auch. Yo, jetzt sieht er. Mann, was ergibt das denn für einen Sinn, Junge. Ja. Das war der Sinn, dass ich getroffen hab. Oh, ich hab schon gedacht. Ich hab schon gedacht. Ach, in dem Moment hab ich schon gedacht, ja. Er haut ihn wieder weg. So, jetzt sagt er. Oh, jetzt haut er ab, ey. Er haut wieder ab. Er haut wieder ab. Na ja, gut. Ach, das gibt's doch nicht. Warum kann der denn nicht? Wieso macht der schon wieder sowas? Oh, ist das ein... Ist das ein Match, ey. Das ist echt ein Match der Profis hier. Ich sag dir das, ey. Wahnsinns Atmosphäre hier. Oh, nein. Er wirft dich wieder rum wie ne alte Spielfigur hier. Aus dem Disney Channel. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Oh, ist das herrlich, ey. Das ist so herrlich. Warum konnte der denn nicht? Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass du jetzt stirbst. Ich hoffe, dass du jetzt kaputt bist, ey. Ich kann nicht mehr, ey. Ich bin echt fertig. Oh, er kommt raus. Ich, ne. Jetzt, jetzt muss ich jetzt. Jetzt, ne. Zweimal rausgekommen. Das geht nicht klar hier. Das ist unmenschlich. Das ist echt unmenschlich. Nein, jetzt kommt er hier auch noch raus. Jetzt kommt er da auch noch raus, ey. Ich werde hier langsam zum Seehund. Was macht denn der? Jetzt legt er wieder. Titus O'Neill mit einem schönen Reversal. Nö. Du bist K.O. Sei K.O. Boah, das gibt's nicht. Oh, mein Vetter, der braucht drei Stunden, bis der aufsteht. Und der haut ihn um und jetzt. Jetzt, jetzt, komm. Jetzt will ich das sehen. Nein! Nein! Oh, scheiße. Und meiner ist wieder halb verwurstiert hier. Oh, meiner ist wieder total fettig mit der Welt. Oh, was ein Match. Was ein Match, verdammt nochmal. Boah, schön. Boah, das war ein schöner Move. Ich hoffe, der reicht. Nein! 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 Alter! Das gibt's doch nicht. Das gibt's, das gibt's, das gibt's auch nicht. Ich meine, du hast total am Ende eine Töte. Ja, ich glaub dir das, ey. Und du machst mich auch so. Ach, nee! Oh! Oh! Ja, das ist wirklich ein krasses Game, was du schon ausgehalten hast, jetzt an Moves. Das ist schon übermenschlich, was du ausgehalten hast. Alter, was soll ich denn noch machen hier? Ich weiß es nicht, aber ich kann mal nicht jetzt. Und nein! Warum geht's halt nochmal auf, ey? Wie kannst du denn dauernd da rauskommen, ey? Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Meiner fällt um wie ein kleiner Baum, ey. Das ist der Wahnsinn, ey. Oh, 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 diese Schmerzen, die ich erleide hier grad. Diese Schmerzen. Oh, er tritt mich einfach um wie so'n Pferd, ey. Oh! Oh, war das Finisher? Ja. Ah, das ist dein Drehkick, oder was? Oh, du hast du ein Winzer. Nein, ich will nicht. Ein Winzer hast du ausge... Nein! Ja! Scheiße! Alter, was geht denn die ab? Du kriegst Big Show nicht Platte, ich sag dir das, ey. Und meiner Krabbeln und mit seiner letzten Energie hier rumme. Oh, das gibt's doch gar nicht, ey. Nein, nein, nein! Zum Kotzen mit den 1000 Covern, ey. Mann. Boah! Was für ein Match. Ich fand den eigentlich ganz gut, ey. Krass, scheiße, ey. Schade, dass ich den verloren hab, ey. Alter, ey. Ey, wie viel Finishes gemacht hab und du trotzdem rauskommst. Echt krank, ey. Echt. Wahnsinn. Ah, das war so, das war so klein, das Stück. Das war echt ne Kunst. Ja, ich bin dran, ne? Ich hab schon wieder am Schwitzen übelst kaputt von dem Kampf. Wer ist dran? War ich dann oder du? Ja, natürlich. Habt ihr das dabei? Ja, liebe Leute, ich hab's heute wieder Spaß gemacht. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch bitte den Daumen rum da. Schaut mal bei GamerCheckLP vorbei. Ich hab's wieder wissen, ob's Spaß gemacht hat. Ja, mir hat's Spaß gemacht. Obwohl ich eigentlich traurig chatten gerne als gehabt behalten kann. Doch, das ist immer traurig, wenn er es war ein Geil ist. Es war ein Geil. Es war eine Form in der Spätenwirkung der Fall. Es ist der Scheiß egal. Das geil, aber trotzdem wollte ich den behalten, der war so. Oh, Gott. Dann würde ich sagen, sie muss morgen wieder bis dahin. War schön. Ciao. Tschüss.